Deine morgendliche und abendliche Routine entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Der Grund dafür ist, dass du deinen Tag mit dem falschen Ton beginnst, dass du dadurch nicht in Schwung kommst. Du bist schon gestresst in den ersten Stunden deines Tages. Du fühlst dich ängstlich deprimiert und hast das Gefühl, dass die erste Hälfte des Tages schon verloren ist. Frag dich also, was sind die Dinge, die ich tun muss, um meine Morgenroutine zu verbessern? Und was tue ich am Ende meines Tages, um ihn richtig zu beenden? Denn wenn du den Tag gestresst beendest und über all die Dinge nachdenkst, die du nicht geschafft hast, dann wirst du dich nicht erholen. Dann wirst du den Tag nicht richtig beenden, du wirst gestresst sein und du kannst auch nicht richtig schlafen. Deshalb gilt am Ende des Tages, beende deine Tage richtig und beginne deine Tage richtig. Wenn du dir diese Routine angewöhnst, wirst du sehen, wie der Fortschritt in deinem Geschäft und deinem Leben riesig wird. Wenn du nach einer Möglichkeit suchst, dein Geschäft auf die nächste Stufe zu heben, dann klicke auf den Link in meiner Biografie. Ich nehme mir 90 Minuten Zeit, in einem kostenlosen Coaching-Gespräch mit dir dein Potenzial zum Explodieren zu bringen. Wir sehen uns dort.